So ist es beim FC Arsenal, sieht es noch ein bisschen anders aus, da dauert es noch ein bisschen, in der zweiten Augustwoche legen die dann los in der Liga. Dafür kriegt man den ganzen ersten FC Nürnberg. Ja, der sitzt zunächst einmal heute auf der Bank, Sie sehen das Symbol der Ganners, die Kanone. Und Schiedsrichter, gespannt um Michael Bacher, der heute die Partie hier leiten wird. Geholt worden, ich denke da lässt sich drauf aufbauen. Und Arsenal, geholt worden ist, jetzt schauen wir mal auf die Aufstellung des ersten FC Nürnberg. Ja, ich glaube, mit Sicherheit auch eine gute Wahl, er wird absoluter Stammspieler und Führungsspieler sein diese Saison. 17 Jahre erst alt, hervorragend, dass so einer auch zum Zuge kommen. Guckt dir mal die Ersatzbank an, also sensationell. Jetzt noch sehen, freuen wir uns jetzt einmal auf eine tolle Partie, die Ganners mit dem Anstoß. Da haben wir Robert Klaus, den Trainer, der aus dem Red Bull-Stall und ist natürlich dem Klub immer noch sehr angetan. Sieben Jahre dort gewesen, sodass er ein bisschen mehr durchstarten kann. Müller-Dehli und da ist er, fast das 1 zu 0 durch da ferner. Klasse Flanke von Müller-Dehli. Ja, Bryce Nelson kennen wir aus der Bundesliga, mit der 24. Hoppla, das war ein Schussversuch von Thierney. Hoppla, schauen wir erst mal auf diese Szene und die Gelegenheit von Dua, dem Sturmpartner von da ferner. Also der Anfang für Nürnberg. Ja, man sieht auch jetzt sofort, dass man versucht, wirklich in die Box zu spielen. Wann ist Geist, der Mann der Freistöße. Standards haben sie sehr viel geübt in den letzten Wochen. Der Ex-Hamburger. Ja, das darf nicht so passieren. Da die Seite scheint dicht zu sein. Und da ferner mit dem Ballverlust, aber sofortiges Gegenpressing. Und dadurch den Ballgewinn sich erarbeitet. Ball verloren und sofort Druff. Und Geist, 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 Geist macht das Ding. Mithilfe der Querlatte, 1 zu 0, 24. Spielminute. Der erste jetzt in Nürnberg belohnt sich für bislang saubere, absolut saubere erste Hälfte, die sie hier darbieten. Richtig starke Macht, Martin. Ja, aber jetzt sieht man auch, sie erkämpfen den Ball sofort wieder, sind aggressiv in der gegnerischen Hälfte. Und Jauke, dann ein wunderbarer Pass. Gute Kommunikation zwischen den beiden Spielern, der lässt ihn durch. Und dann Geist hat einen guten Fuß. Da macht er eine Reihen von 16 Metern. Ich glaube, das ist auch verdient. Ja, Lino Tempelmann so ein bisschen freigelassen. Da waren sie zu nachlässig, die Londoner. Schon häufiger tolle Spiele geliefert gegen Bayern. Vor zwei Jahren 5 zu 2 gewonnen gegen PSG. Und jetzt 1 zu 1. Da war es damals. Und jetzt die Chance zum 2 zu 0. Freunde, was ist denn hier los? Der erste jetzt in Nürnberg, bärenstark. Nach knapp 29 Minuten steht es 2 zu 0 für die Klubberer. Und der Neuzugang, auf den sie so viel Hoffnung setzen, hat getroffen Quattro Dua. Schlechte Zuordnung bei Arsenal. Und dann lassen sie ihn ziehen. Und der Schuss optimal. Ja, wunderbar. Aber wieder an der Mittellinie, aggressiv attackiert, glücklicher, passt natürlich dann zu Dua. Aber das ist eine Chance und er macht nur. Und das ist so entscheidend. Man darf nicht mehr viele Chancen... Beyerin. Und... Ja, die erste halbwegs gute Möglichkeit für den FC Arsenal, die bislang in der Offensive... Wir haben natürlich viele junge Spieler. Das sieht man hier auch. Großen Erwartungen in diese neue Saison startend. Die haben das meiste Geld ausgegeben. Und ich glaube, Gabriel Jesus, wenn ich das richtig erkenne, ist dann... Auf der... Auf dem Platz. Ist also tatsächlich eingewechselt worden. Wir sehen hier im Sturmzentrum mit der 9. Also Gabriel Jesus eingewechselt. Der Trainer hat doch nicht ganz so gut gefallen. Ui. Und da ist Gabriel Jesus und da ist das Tor. Eine Minute und 27 Sekunden hat er bei seinem Debüt gebraucht, um zu treffen. Der Neuzugang von Manchester City. Besser geht es nicht für ihn. Das war leider zu einfach. Das war zweimal ein Doppelpass, wenn man das jetzt sieht. Und dann noch kurze Eck, Martenia. Na, das ist zu kurze Entfernung. Also da will ich jetzt den Torwart mal raus... Mörder Delitz, auf der Ferner. Hat das Platz. Cedric Storisch kam da nachgeheilt. Und... Nächste gute Gelegenheit von Dua. Zeigt da hinten schon an. Ich will den Ball haben. Jetzt haben sie es gesehen. Haben sie mal die Augen ganz hinten. Da zeigt er wieder mit dem Arm. Ich will ihn haben. Und dann... Ja, aber das gefällt mir. Die beiden Stürmer suchen sich das Ganze. Und das darf nicht passieren. Das ist natürlich... Da ist der... Jesus natürlich Weltklasse. Oh, 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 oh. Mein lieber Scholli. Ja, da küsst er erst mal Nürnberger Boden. Ja, man konnte es schon fast sehen. Die Passstärke, die Passdominanz bei... Arsenal wurde immer besser. Immer sicherer. Ja, da war ein Strich. Und für Keeper gar nichts zu machen. Oh, jetzt schwimmen sie aber da hinten. Die Nürnberger. Martenia. Und jetzt spielen sie auch tolle Pässe. Das auch. Da darf er einfach alleine nicht in der Box sein. Und abschließen können. Das ist grob fahrlässig vom Klub. Passen, dass sie nicht das dritte. Kassi hier. Und der Ball war drin. Wow. Ja. Ball war hinter der Linie. Innerhalb von zwölf Minuten. Ein 0 zu 2 zu einem 3 zu 2 mal. Zack, zack, zack. Umgewandelt. Ja, aber wenn man jetzt die Passdynamik sieht. Das geht ruckzuck. 1, 2, 3, fertig. Na also, na also, geht doch. Da sind sie wieder, die Nürnberger. Und der Schleimer gerade eben eingewechselt. Gefühlt anderthalb Minuten, ja? Wenn überhaupt. Erste Ballkontakt, Treffer, perfekter Einstand. 3, 4. Torspektakel hier im Max-Morlock-Stadion. Ja, aber man hat gesehen, es war eine gute Ballstaffette von hinten rausgespielt. Und dann... Ja, mit der Flanke, ja? Ja, und dann wieder wirklich zielstrebig nach vorne. Also, das ist einfach Weltklasse, ne? Dass wir dann einfach den Innenfuß hinhält. Das ist einfach... Deswegen spielt er in der Brasilianischen Nationalmannschaft. Und deswegen kostet er 52 Millionen Ablöse. Das ist schon Weltklasse. Aber wieder lässt der Club 20 Meter vorm Tor vier Pässe zu, die einfach hin und her gespielt werden. Und das kann ganz in Ruhe geflankt werden. Und was dann im 16er passiert, okay, das ist Ausnahmefußballer. Arsenal diese Partie und gewinnt gegen den 1. FC Nürnberg. Einige Erkenntnisse haben wir rausgenommen.